Herzlich Willkommen zum Production Video Nummer 3. Ich bin Anina Schäubli und ich mache Costume Design und Artworks für den Film Durch die Nacht. Ich studiere Illustration an der HSLU in Luzern. Jetzt, wo die Castings vorbei sind, bin ich gerade dran, ein spezifisches Konzept auszuarbeiten für die einzelnen Schärspiele, um zu schauen, was für Costume sie tragen werden, wie ihre Haare werden sie, wie sie im Film geschminkt werden und zu schauen, was sie schon selber haben, was müssen wir noch kaufen, was müssen wir noch auslehnen und das Ganze spezifischer zu machen. Wie ihr gehört habt, sind die Castings vorbei und alle wichtigen Haupt- und Nebenrollen sind mittlerweile besetzt. Mehr dazu gibt es am Ende dieses Videos. Die Ausschreibung für die kleineren Nebenrollen erfolgt Ende März auf unserer Website www.durchdinacht-derfilm.ch. Für diese kleine Rolle wird es allerdings kein Casting mehr geben. In Bezug auf die Crew, wir haben jetzt eine Aufnahmeleitung und einen Tonassistent. Wir suchen aber weiterhin jemanden, der für das Licht verantwortlich sein will. Abklärungen bezüglich Locations sind ebenfalls im Gang. Erste Locations-Scoutings haben stattgefunden, sowohl outdoor wie auch indoor. Im Moment sind wir gerade in den Drehvorbereitungen für den Film im Film. Es gibt eine Szene in «Durch die Nacht», in der Alex ins Kino geht und dort einen Film noir sieht. Und diesen sind wir gerade am Planen und werden bald drehen. «I don't mind if you don't like my manners. I don't like them myself. They're pretty bad. I grieve over them long winter evenings. And I don't mind you ritzing me or drinking your lunch out of a bottle. But don't waste your time trying to cross-examine me.» Zum Schluss noch das Crowdfunding für «Durch die Nacht» startet am 24. März auf «We Make It». Jetzt wünschen wir euch viel Vergnügen mit ein paar Szenen aus den Castings von Leuten, die jetzt dabei sind beim Film. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020